Denken Sie mal zurück an die Zeit, wo Sie sich beworben haben. Wie war das? Lief das gut? Lief das schlecht? Oder einige werden jetzt sagen, naja, das war mir damals relativ egal. Es war hohe Arbeitslosigkeit. Es gab mehr Leute am Markt, als man brauchte. Und jeder war froh, Arbeit zu haben. Und ich komme selber aus dieser Zeit. Und zum Glück haben wir heute eine andere Zeit. Andere werden sagen, nö, der Bewerbungsprozess hat entweder zu lange gedauert oder es war gar nicht klar, was da läuft. Und dann wurde es so wie angehalten und doch. Und es gab Standby, man weiß es nicht. Und deswegen müssen wir heute mal schauen, wie geht es dort eigentlich besser? Denn wenn Sie Talente gewinnen, das ist die einzige Möglichkeit, wie Sie nachhaltig Organisationserfolg absichern auf jeder Ebene. Denn wir haben nicht nur Talentmangel, wir haben Fachkräftemangel. Es ist also völlig klar, werben, werben, werben. Und Sie müssen Interesse zeigen an Leuten. Nur die Realität sieht leider bei der Mehrheit der Organisation anders aus. Da kann es ewig lange dauern. Da ist überhaupt nicht klar, wer zuständig ist. Da wird dann auch Tage oder Wochen lang sich gar nicht gemeldet. Und dann ist man schwer, schwer angefasst, wenn es dann am Ende nicht funktioniert. Wir müssen halt schauen, wie geht es besser. Und deswegen fangen wir mal an. Also wichtig ist erstmal, wenn Sie eine Bewerbung haben, und dann haben Sie ja meistens vorher eine Stellenanzeige, als erstes schauen Sie immer, dass Sie ganz klar sagen, was Sie bieten. Das ist immer der erste Teil einer Stellenanzeige. Dann das Profil als Filter. Da schreiben Sie bitte nur das rein, was Sie wirklich brauchen. Keine Selbstdarstellung von, wir nehmen nur Leute mit Masterabschluss von einer internationalen Top-Universität. Und am besten noch Auslandsaufenthalt. Auch übrigens, und wir zahlen nicht so gut, weil, und dann kommt eine beliebige Ausrede hinterher. Also das Profil muss zu dem passen, was Sie anbieten. Und Ihre Aufgaben, also die Aufgaben, die kommen im dritten Absatz. Wichtig ist immer, wenn Sie Bewerbungsportale haben, fragen Sie nur das Wichtigste. Was sicher ist, Leute werden mit Sicherheit, und das ist ja auch mittlerweile mit wissenschaftlicher Evidenz versehen. Das gibt es ja auch in Ansätzen wie Programmatic Advertising oder einer sogenannten Lead-Ad. Da komme ich zum Schluss nochmal zu. Fragen Sie immer nur das Wichtigste. Drei Fragen und dann am besten die Kontaktdaten innerhalb dieser drei. Also wenn Sie jetzt sagen, haben Sie einen Staplerschein, brauchen Sie ja. Oder wenn Sie jetzt sagen, wir sind reguliert, Sie brauchen eine Bankenzulassung oder Sie brauchen einen Bachelorabschluss, fragen Sie das, damit Sie mit K.O.-Fragen schnell die aussortieren, die sowieso nicht passen. Drei Fragen beantworten Leute in einem Portal, fünf auch alles darüber. Da müssen Leute schon wirklich interessiert an Ihnen sein. Sie produzieren massiv Abbrüche. Und wenn Sie jetzt sagen, wir wollen dann auch Abbrüche und wir haben fünf Seiten auf dem Bewerbungsportal mit zehn Fragen und das brauchen wir alles am besten. Meine Lieblingsausrede, das geht bei uns in die Bewerbungssoftware. Ja, da warten den ganzen Tag Bewerbende drauf, dass ihre interne Bewerbungssoftware für die Recruiter wichtiger ist als das Ergebnis, was dabei rauskommt. Viel Glück mit dem Ansatz. Gucken wir jetzt mal, wie es real funktioniert. Wenn die Bewerbung kommt, ist klar, eine sofortige Bestätigung muss erfolgen. Nicht verhandelbar. Heute kann jedes freie, kostenlose E-Mail-Konto einen Autoresponder verschicken. Wenn Sie sagen, Sie haben keine automatische Bestätigung, dann lösen Sie das. Wenn Sie sagen, Sie können es nicht lösen, haben Sie von Anfang an einen massiven Nachteil. Denn die Leute rennen heute selten dahinter her, weil sie es auch nicht mehr müssen. Klar ist hierbei auch eine klare Nennung des Kontaktes. Also das heißt, nennen Sie jetzt in dieser ersten Bestätigung, das sind jetzt die Mindestanforderungen, welchen Zeitraum, welche Person und welches Medium. Also innerhalb der nächsten drei Tage, länger sollte es auf keinen Fall sein, wenn Leute sich Freitags bewerben können, die erwarten, dass Montags zumindest die erste Info kommt. Zeitraum maximal drei Tage, welche Person wird sich melden, auf welchem Medium. Meistens wird es E-Mail sein, damit Sie auch Leute aktiv auffordern können, bitte das E-Mail-Konto zu kontrollieren. Dann kann nachher auch keiner sagen, ich wusste nichts davon. Besser wäre, und das ist die deutlich bessere Variante, dass Sie von Beginn an den Gesamtprozess abbilden. Das heißt, Sie haben am besten einen Link, wo Sie sagen, so sieht es aus. Phase 1, Phase 2, dann die Entscheidung. Hier ist Einstieg, hier ist Ausstieg. Das ist deutlich besser. Gucken Sie mal, ob Sie das hinbekommen, dann sind Sie schon mal ganz weit vorne. Wichtig ebenso, wenn der Kontakt hergestellt ist. In der ersten Runde, die machen Sie ja online oder telefonisch. Wichtig immer, Achtung, sobald Sie ein Bild sehen, be- und verurteilen Sie Leute an, Conscious Bias nennt sich das. Es fängt an bei solchen Dingen wie Foto, Adresse und Namen. Wenn Sie da was lesen, dann werden Sie Leute be- und teilweise auch verurteilen nach völlig irrwitzigen Kriterien. Da gibt es den Mr. Smith-Effekt, ich werde nachher noch ein paar andere Effekte auch nennen. Wichtig ist am Anfang in der ersten Runde 1, Absteckung der generellen Aspekte. Klären Sie die K.O.-Kriterien. Wenn Sie zum Beispiel sagen, bei uns sind Menschen im Bereich des Ingenieurswesen, wir haben Verpackungswesen im großen Bereich und da haben wir Menschen, die Verpackungsingenieurswesen in der Spezialisierung haben und sie sind pro Jahr sechs Wochen unterwegs und wenn Leute sagen, das möchte ich nicht, kann man genau da sich respektvoll trennen. Gibt es bei Ihnen Aspekte wie Reisetätigkeit, es gibt solche Dinge wie zum Beispiel Regelungen für Dienstwagen, die einigen Leuten wichtig ist oder Regelungen für Schichtdienste, die einigen Leuten wichtig ist, wie es mit Fahrgeld, Remote Work, also es geht um die K.O.-Kriterien. Klären Sie die ab, wenn die K.O.-Kriterien nicht passen. Machen Sie bitte nicht weiter aus Verzweiflung, weil Sie sagen, wir haben sonst niemanden. So dieses, ja, reden Sie doch trotzdem nochmal mit der Führungskraft in der nächsten Runde, vielleicht passt es ja doch. Nein. Grundsatz, if in doubt, keep them out. Im Zweifel sagen Sie nein. Hat einen ganz einfachen Grund. Wenn beim Bewerbungsverfahren, wo die Leute sich ja von ihrer besten Seite zeigen und Sie sich auch von ihrer besten Seite zeigen, wenn da schon gesagt wird, naja, es passt nicht so ganz, was glauben Sie, wie es weitergeht? Variante 1, es wird plötzlich ganz toll. Variante 2, Leute sagen, ja, es hat nicht gepasst, hat sich nachher auch gezeigt, daher nach zwei Monaten ist jemand gegangen. Und jetzt werden natürlich alle die eine Ausnahme kennen, wo es ganz kritisch war und am Ende war es die beste Person der Welt. Komischerweise gibt es nie wissenschaftliche Evidenz. Es ist alles nur anekdotale Evidenz und somit keine Evidenz. Wenn es am Anfang nicht passt, sagen Sie danke, nein, danke. Und das kann auch die andere Seite sagen. Deswegen, wenn Sie jetzt die erste Runde durchhaben und Sie müssen nochmal was nachfragen, weil es eine Frage gab, die Sie zum Beispiel nicht klären konnten. Beispiel, jemand sagt, haben Sie Jobrat, würde mich interessieren. Und Sie sagen, na, das hatten wir angesprochen, wir haben es noch nicht, aber vielleicht können wir das jetzt besorgen. Dann sagen Sie den Leuten, dass Sie das zeitnah klären. Zeitnah heißt drei Tage gerne kürzer, keinenfalls länger. Und nach 72 Stunden können Leute eine Antwort erwarten. Und zwar eine verbindliche Antwort. Kein Stand-by, kein, dauert länger, weil die Ausreden können Sie sich schenken. Es nervt alle Beteiligten. Das zeigt vor allem, dass Ihre Prozesse nicht sauber aufgesetzt sind. Wenn Sie jetzt sagen, Runde eins passt, dann kommt Runde zwei. Da wird Fachliches geklärt. Da geht es also wirklich in das Fachinterview. Da haben Sie meistens Leute aus der reinen Tätigkeit, die dann wirklich Dinge klären. Es ist ein intensives Interview. Da werden auch wirklich harte Skills abgeprüft. Wenn Sie von Leuten erwarten, dass eine Probearbeit vor Ort erfolgt, ist es völlig legitim, wenn Leute sagen, dafür möchte ich bezahlt werden. Es ist auch völlig legitim, wenn Leute Ihnen absagen, wenn Sie das nicht vorhaben. Arbeit wird bezahlt. Wenn Sie erwarten, dass das unbezahlt gemacht wird, haben Sie einen massiven Nachteil. Und es interessiert sich auch niemanden für, ja, es ist so viel Aufwand, das vorzubereiten. Ich kann nicht, keiner kann was für die deutsche Gesetzgebung. Also Arbeit wird bezahlt, wenn nicht, bekommen Sie die Reste-Rampe. Und die Reste-Rampe möchten Sie nicht haben. So, wenn Sie jetzt zwei Runden gehabt haben, gilt immer, mehr Runden brauchen Sie nur, wenn Sie es belegen können, warum Sie das haben wollen. Was keine Runden sind, ist, wenn Leute sagen, ich möchte auch nochmal mit dem reden. So diese Selbstdarstellung von irgendwelchen Leuten in der Firma, die dann irgendwie mit ihrer Mittellaberei meinen, sie müssten nochmal eine eigene Runde nur für sich veranstalten. Das haben wir in den USA und UK in sehr ausgeprägter Maße. Leider wird das auch in Deutschland immer häufiger. Jeder möchte mal mitquatschen, dass man bloß beim Jahresgespräch dann sagen kann, ja, also ich bin hier auch fürs Recruiting mit zuständig. Das mache ich ja auch noch nebenbei. Nein, Sie drängen sich auf. Deswegen lassen Sie wirklich nur die Menschen mitreden, die etwas mitzureden haben, keine anderen Personen. Das kann man in zwei Runden in den meisten Fällen abbilden. Wenn Sie dann sagen, wir haben hohe Positionen, da braucht man ein Assessment Center, Runde 2, 3, 4, 5. Sehr gerne, wenn Sie es belegen können, prima. Und natürlich auch, dann sagen Sie, dass das bezahlt wird. Ich hatte es selber jetzt gerade bei einer Firma, die hat einen Trainer gesucht. Und da haben wir uns dann zusammengesetzt. Es ging um ein längeres Projekt. In der dritten Runde haben wir festgestellt dann, dass unsere Vorstellung, und überhaupt nicht schlimm, es ging einfach um eine fachliche Sache, wo wir andere Ansätze haben und sagten, unsere Arbeitsweise passt da so nicht zusammen. Man hat völlig respektvoll gesagt, wir gehen auseinander. Und ich wurde für die Zeit der dritten Runde mit einem halben Tagessatz ganz normal bezahlt. Das war übrigens in dem Fall für ein einstündiges Interview eine erhebliche dreistellige Summe. Also im mittleren dreistelligen Bereich, dass Sie mal wissen, wenn Sie es mit Selbstständigen machen, natürlich bei Angestellten mag es ein bisschen weniger sein. Je nachdem, was da auch für Skills gesucht werden. Es muss also nicht weniger sein. Wenn Sie jetzt schauen, was wird in den Runden gewonnen? Es darf kein Eindruck gewonnen werden. Und wenn Sie jetzt sagen, wir sind doch da für Eindrücke. Ja, auch, aber nicht nur. Sie können nicht auf Basis von Eindrücken entscheiden. Jede Runde muss datenbasierte Entscheidungen herbeiführen. Nicht nur Eindrücke, Vermutungen und irgendwelche Fake-Fakten. Denn es gibt einfach Dinge, die Sie ansonsten sofort beurteilen werden. Wenn Sie ein Foto sehen von der Person, wenn Sie ein Bild sehen, wenn Sie die Adresse sehen, den Namen sehen, Unconscious, Biases, unbewusste Be- und Verurteilung. Darauf müssen Sie professionell geschult worden sein. Sonst können Sie keine Interviews effektiv und effizient durchführen. Denn es gibt solche Aspekte wie den idiosynkratischen Bonus oder Malus. Idiosynkrasie sind Dinge, die keiner Logik folgen. Dann gibt es also, der Bonus wäre der Halo-Effekt. Ein einziger Aspekt wird positiv überbewertet. Also sprich, die Person kann die Fähigkeiten nicht kommen und von einer tollen Universität und deswegen nehmen Sie die. Der Horrence-Effekt, das Gegenteil. Also das heißt, ein willkürlicher Nachteil, der mit der Sache nichts zu tun hat. Die Person ist fachlich super, aber die Haare sind verwuschelt, die Zähne sind schief und Sie sagen, na, das passt nicht zu uns. Das wirkt irgendwie alles ein bisschen komisch. Damit benachteiligen Sie vor allen Dingen immer wieder zwei Gruppen, nämlich Frauen und Minderheiten. Und vor allen Dingen Menschen auch aus sozial prekären Situationen oder Menschen, die aus der Arbeiterklasse stammen werden, damit nachweislich entsprechend massiv benachteiligt. Die meisten Leute, die Sie gut finden werden, unterliegen dem Faktor des Isomorphismus. Aus Iso-Griechisch für Gleich, Morph für Erscheinungsbild. Heißt im Klartext, wenn Menschen Ihnen ähnlich sind, werden Sie immer den Leuten zu viel Bonus geben. Sie müssen darauf professionell geschult worden sein. Ich habe bei Professor Susan Silby am MIT, das sehen Sie auch in meinem LinkedIn-Lebenslauf, Professional Interviewing und die Datengenerierung als Interviews professionell gelernt. Das waren harte Kurse am MIT, aber dafür habe ich dort gelernt, wie es wirklich funktioniert. Nach Runde zwei kommt dann ein zeitnaher Abschluss, natürlich digital. Also wenn Sie jetzt sagen, ja, wir haben dann den Arbeitsvertrag und der geht dann per Post und jetzt ist aber gerade Feiertag und Post kommt hier sowieso nur alle zwei Tage. Sie schicken den Mittwoch los, dann ist Donnerstag ein Feiertag, Freitag wird die Post nicht zugestellt, Samstag ist dann kein Transport, Sonntag arbeitet sowieso keiner, Montag geht die Post real raus, dann geht sie Dienstag zu und dann das Ganze nochmal eine Woche danach. Dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn Leute sagen, andere haben es digital gemacht, die fand ich jetzt irgendwie besser. Also die Abschlüsse kann man digital machen. Gewisse Dinge gehen noch nicht digital in Deutschland, was leider bezeichnet ist, muss man sagen, aber gucken Sie, dass Sie die Dinge digital machen, so digital wie möglich. Generell im gesamten Prozess gilt, halten Sie ständig Kontakt. Nichts darf an einer einzigen Person hängen. Wenn Sie jetzt sagen, die nächste Runde kann nicht stattfinden, weil diese Person zwei Wochen im Urlaub ist, dann haben Sie einen schlechten Prozess. Ganz einfach. Keine Ausreden, denn wenn Sie die Ausreden platzieren, dann haben Sie es nicht verdient, berücksichtigt zu werden. Ein Grundsatz hierbei ist immer, it's never their fault, also es ist niemals Schuld der bewerbenden Person. Ich weiß, es gibt Menschen, da fragt man sich, ist das noch normal, was die machen? Das ist aber die Ausnahme. Die meisten gehören nicht dazu. Und wenn Sie dann solche Sprüche hören von manchen Führungskräften, ja, man wünscht sich mal wieder eine etwas andere Wirtschaftslage, dann strengen sich ein paar Leute mal ein bisschen mehr an und sind weniger fordernd. Sie müssen schon, also auch wirklich mental, geistig ganz schön neben der Spur sein, wenn Sie sich eine schlechtere Wirtschaft wünschen, damit Sie angeblich bessere Talente bekommen. Übrigens, schlechtere Wirtschaft heißt, dass vermutlich Ihre eigene Firma als erstes leiden wird und dann können Sie sich die Talente überhaupt nicht mehr leisten, geschweige denn Neuantragung. Nebenbei, Menschen Elend zu wünschen, in dem Fall ist einfach wirklich schäbig. Wichtig hierbei dann zum Schluss noch, alle Beteiligten an Interviews können nur Interviews durchführen, wenn Sie professionell auf Interviews geschult wurden. Keine Ausnahmen. Wenn Leute sagen, ich kann gut mit Menschen, ich habe das irgendwie drauf, ich habe die Empathie, bla, bla, bla. Gerade die Menschen können es überhaupt nicht. Die bewerbende Person soll am meisten reden, das wissen Sie genauso wie ich und von daher müssen Sie schauen, dass Sie immer klare Aussagen haben, klare Vereinbarungen, aber auch ein klares Zeitfenster, 30 Tage oder weniger vom Erstkontakt bis zum Abschluss. Und immer wenn Sie jetzt sagen, das ist ja völlig unrealistisch, bekomme ich zwei Arten der Ausreden. Entweder Sie sagen, wir sind viel zu groß, so schnell geht es nicht. Oder Leute sagen, wir sind viel zu klein, wir haben nicht genug Leute, beides stimmt nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sven Semel, damals Senior Manager bei IBM, der hat bei der Zukunft Personal beim HR Roundtable, das ist Deutschlands größtes Netzwerk von und für Personaler, hat da einen Vortrag gehalten. Und bei IBM hat er möglich gemacht, das IBM. Das ist nun keine Pommesbude. IBM schafft es vom Erstkontakt bis zum Vertrag in 28 Tagen. Von daher, die Ausreden schenken wir uns mal. Jetzt geht es um Umsetzung und dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Natürlich ist da auch noch ein bisschen mehr dran, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, da habe ich jetzt doch mehr als ein Fragezeichen danach, wie wir das hinkriegen sollen. Lassen Sie uns gerne in den Austausch treten. NB at NB-Networks.com Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail, dass wir da entsprechend in den Austausch treten können. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben was ganz Konkretes, Sie brauchen Seminaren, Coaching, Training, können wir auch darüber gerne sprechen. Gerne entsprechend das Ganze dann auch unten. Unten finden Sie die Kontaktdaten. Gerne mich da kontaktieren. Die E-Mail-Adresse NB at NB-Networks.com genauso wie mein LinkedIn finden Sie unten in den Shownotes von dem Podcast. Bei LinkedIn gerne direkt connecten, also das heißt direkt verbinden, nicht folgen. Sie können sehr ruhig einen echten Kontakt herstellen. Ich freue mich auch jederzeit über Feedback und natürlich gerne auch über alles, was noch eventuell offen ist, ergänzt werden möchte oder besprochen werden möchte. Das Zweite, was ich immer empfehle, ist, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ich möchte aber live sprechen. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche eine sehr gute Live-Session. Vielen Dank nochmal für die Teilnahme dort mit einer sehr intensiven Gruppe. Bitte einmal gehen auf expert.nb-networks.com. Wenn Sie sich da einmal anmelden, heißt das im Klartext, dass Sie einmal die Woche eine E-Mail bekommen, jeden Mittwochmorgen. Das ist 100% Werbung garantiert, werbefrei. Da bekommen Sie freien Zugang zu allem, was ich publiziert habe, aber auch den Zugang zu den Live-Sessions, die wir ungefähr einmal im Monat haben. Auch das werde ich nochmal hier unten in die Shownotes legen, dass Sie da entsprechend sich registrieren können. Hierfür schon mal auf jeden Fall im Voraus. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns sogar live. Der dritte Faktor ist aber der wichtigste. Anwenden, anwenden, anwenden. Denn nur wenn Sie anwenden, was Sie hören, werden Sie die positiven Aspekte bemerken, die Sie in Ihrer Organisation auch haben möchten. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg, stehe auch für Hilfe jederzeit gern zur Verfügung. Und dann bleibt mir zum Schluss des Podcasts nur noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank für Ihre Zeit.